Nun, tritt deinem Meister gegenüber. Es ist Zeit für ein Spiel. Ich bin hier, bei dir. Vorsicht, Menschensohn. Ihr seid nicht allein. Ich bin sicher, dass ihr dieses Tor nicht öffnen werdet. Greift ihn an, sofort! Steht mir bei. Führt eure Befehle aus und tötet ihn. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht. Er darf nicht durchkommen. Das ist kein Gegner für mich. Wie könnt ihr es wagen, mir entgegenzutreten? Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Gebt gut Acht. Ich werde euch heute viele Lektionen lehren. Ich könnte meine Fähigkeiten sinnvoller einsetzen. Unglücklicherweise muss ich mir die Hände an euch schmutzig machen. Ihr werdet mir schon den nötigen Respekt erweisen. Auf die Knie! Huldigt eurem neuen Herrn! Auf die Knie, Hund! Ich verschwinde meine Zeit. Dieser Schwächling glaubt wohl, er könnte uns aufhalten. Dreckiger Menschenhund! Du wirst sterben, wie es deinesgleichen gebührt. Stellt euch Mensch und empfangt euer Schicksal. Von nun an werdet ihr der Herrscherin dienen. Ich glaube, ich könnte Hilfe gebrauchen. Er verdient den Sieg nicht. Ich ertrage den Blick nicht in dieser... So sollte es nicht enden. Wie konnte das geschehen? Rückzug! Holt Verstärkung! Die unbesiegbare Armee ist geschlagen. Sachte, Gefährten! Sachte! Hast du das auch gespült? Geduld! Du wirst schon früh genug dein Menschenfleisch bekommen. Nun tritt deinem Meister gegenüber. Es ist Zeit für ein Spiel. Ich bin hier, bei dir. Vorsicht, Menschensohn! Ihr seid nicht allein. Ich bin sicher, dass ihr dieses Tor nicht öffnen werdet. Greift ihn an! Sofort! Steht mir bei! Führt eure Befehle aus und tötet ihn! Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht! Er darf nicht durchkommen! Das ist kein Gegner für mich! Wie könnt ihr es wagen, mir entgegenzutreten? Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Geht gut, Acht! Ich werde euch heute viele Lektionen lehren. Ich könnte meine Fähigkeiten sinnvoller einsetzen. Unglücklicherweise muss ich mir die Hände an euch schmutzig machen. Ihr werdet mir schon den nötigen Respekt erweisen. Auf die Knie! Huldigt eurem neuen Herrn! Auf die Knie, Hund! Ich verschwende meine Zeit! Dieser Schwächling glaubt wohl, er könne uns aufhalten! Dreckiger Menschenhund! Du wirst sterben, wie es deinesgleichen gebührt! Stellt euch, Mensch! Und empfangt euer Schicksal! Von nun an werdet ihr der Herrscherin dienen! Ich glaube, ich könnte Hilfe gebrauchen. Er verdient den Sieg nicht. Ich ertrage den Blick nicht. In dieser... So... So sollte es nicht enden. Wie konnte das geschehen? Rückzug! Holt Verstärkung! Die unbesiegbare Armee ist geschlagen! Sachte Gefährten! Sachte! Hast du das auch gespürt? Geduld! Du wirst schon früh genug dein Menschenfleisch bekommen. Nun tritt deinem Meister gegenüber. Es ist Zeit für ein Spiel. Ich bin hier, bei dir. Vorsicht, Menschensohn! Ihr seid nicht allein. Ich bin sicher, dass ihr dieses Tor nicht öffnen werdet. Greift ihn an! Sofort! Steht mir bei! Führt eure Befehle aus und tötet ihn! Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht! Er darf nicht durchkommen! Das ist kein Gegner für mich! Wie könnt ihr es wagen, mir entgegenzutreten? Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Geht gut, Acht! Ich werde euch heute viele Lektionen lehren. Ich könnte meine Fähigkeiten sinnvoller einsetzen. Unglücklicherweise muss ich mir die Hände an euch schmutzig machen. Ihr werdet mir schon den nötigen Respekt erweisen. Auf die Knie! Huldigt eurem neuen Herrn! Auf die Knie, Hund! Ich verschwende meine Zeit! Dieser Schwächling glaubt wohl, er könne uns aufhalten. Dreckiger Menschenhund! Du wirst sterben, wie es deinesgleichen gebührt! Stellt euch, Mensch, und empfangt euer Schicksal! Von nun an werdet ihr der Herrscherin dienen! Ich glaube, ich könnte Hilfe gebrauchen. Er verdient den Sieg nicht. Ich ertrage den Blick nicht. In dieser... So... So sollte es nicht enden. Wie konnte das geschehen? Rückzug! Holt Verstärkung! Die unbesiegbare Armee ist geschlagen! Sachte Gefährten! Sachte! Hast du das auch gespürt? Geduld! Du wirst schon früh genug dein Menschenfleisch bekommen!